Ja hallo liebe Radiomacher von Ken & Moor, ihr seid ja das Wochenende in Münster mit eurem Übertragungswagen und ich kann leider nicht mehr so gern vorbeigekommen und deshalb wünsche ich euch super viel Spaß, super viel Erfolg, sammelt gut Spenden und macht eure Hörer glücklich. Alles Gute aus Münster für Münster von Tidus Dittmann.